Oder war es Samstag gewesen? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat er gesagt, es kann nicht sein. Ich verpasse meinen Bus, weil sie da zu langsam arbeiten. Immer wieder eine halbe Stunde warten. Es kann nicht sein, dass sie sich da unterhalten. Und so weiter. Und ich sing Bruder, Halsmaul. Und die hat sich nicht unterhalten. Ich meine so, hi, wie geht's? Oder wenn irgendwas da so ist. Oder heute zum Beispiel bin ich im Edeka gegangen. Da hatten die Kassen einen Sturz gehabt. Da sind die abgestützten Teile. Bruder, passiert! Und alle so, scheiße! Ey, fluchtartig die eine Kasse verlassen. Ich stand da einfach ganz normal. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, zwei Minuten gewartet und gehen die wieder. Ja, dann gehen die wieder. So, ganz ehrlich. Oh, scheiße, geht der doch wieder weiter. Oh, hätte ich doch nicht gehen sollen. Ey, dann versuchen die wieder zurückzugehen. Und sich dann doch wieder vorzudrängeln. Weil die dann meinen, ja, ich bin ja nur kurz weggegangen. Aber ich habe trotzdem noch... Trotzdem ist der Platz dann noch reserviert für mich. Ey, auf was für Ideen wir Deutschen eigentlich kommen, ohne Witz, ey. Ah, Mann. Ja. Ist halt so, ne? Ja. Wir wären zwar als tüchtige Arbeiter, aber, ey, vom Verhalten her sind wir einfach unterste Schublade. Das sind eigentlich nur, äh, ich glaube, übertroffen werden wir eigentlich nur noch von, äh, von Leuten aus, äh, aus dem Nahen Osten. Von einigen, selbstverständlich. Sind natürlich nicht alle, auch von den Deutschen. So. Man kann ja nur beurteilen, was man hört, so, ne? Aber natürlich muss man, äh, im gleichen Atemzug sagen, nicht jeder ist so. Ne? Ja. Aber gerade Jugendliche sind sehr, sehr, sehr schlimm, muss ich sagen. Da frage ich... Ich frage dann wirklich, ob ich dann auch so schlimm war, damals. Ja, in einigen Situationen war ich auch, äh, war ich auch nicht der Beste, so. Aber, ähm, ich hab mich eigentlich immer so verhalten, weil, äh, gut, du wohnst in einem Dorf. Und in einem Dorf wirst du halt, ja, deine Taten werden halt auf deine Familie zurückgebracht. Das heißt, wenn du die Scheiße verhältst, dann werden deine anderen Familienmitglieder mit meinem Verhalten, äh, beurteilt. Und gemessen, so. Das ist total dämlich. Aber dann haben wir gesagt, ach, was haben sie denn für einen Scheißsohn. Na, mein Nacktkoll, ey. Ey, da hatte ich... Ey, ohne Witz. Da muss ich auch eine Story sagen. Die Rentner wohnen da immer noch. Sind ultraspießig, ey. Ne? Ich meine, ich hab überhaupt nichts dagegen. So, Bruder... Ich meine, ich's gönn's. Genießt die Rentnerzeit. Ohne Witz. Die haben ein Boot auch und so weiter. Cool. Benutzen das wahrscheinlich auch, wenn sie in Urlaub fahren. So, ey, ohne Witz, gönn ich euch. Ist voll cool ein Boot. Ohne Witz, ja. Why not? So. Äh, gönn ich. So, aber wir haben mal Fußball gespielt. Und... Ja, gut. Ja, natürlich. Es war Mitternacht... Äh, Mitternacht. Sag ich schon. Es war 10 Uhr. 10 Uhr heißt Nachtruhe. Und dann ist aus Versehen... Äh, der Ball dann, ähm... In deren, äh... Auf deren Grundstück gegangen. So, und dann wollte der Kollege den holen. Wurde dann von dem Nachbar... Äh, von dem, äh, Mann gepackt. Zu Boden gedrückt. Was auch nicht sein muss. Äh, dabei wurde dann auch, glaube ich, der Gürtel von dem Kollegen wurde dann kaputt gemacht, so. Und der fühlte sich dann im Recht, so, ne. Äh, und dann, äh... Sag der, ja, ich rufe die Polizei. Ihr, äh, stört schon die ganze Zeit. Und dann habe ich, ähm... Einen Verwandten gerufen. Der schon, ähm... Eine gewisse Aussagekraft hat. Also in Form von, ähm... Ist älter, besonnen und, äh... Weiß, wie man, äh... Eine... Angespannte Situation entschärfen kann. Ne? Und... Den, äh... Hatte ich dann gerufen. Der kam dann auch. Sehr zügig. Und... Ja. Dann hatte mich die Frau von dem... Von denen, äh... Hatte mich dann erkannt. Die wusste dann ganz genau, wo meine Mutter arbeitet. Ja. Und die hatte... Und die hat das dann auch sofort gesagt. Ah ja, du bist ja, äh... Bist ja der Sohn von der und der. Äh, von... Von der hier, ne. Ja, das werde ich dann sagen, ne. Wenn ich das nächste Mal da bin. Bruder, wie dreckig kannst du eigentlich sein? So, ist doch richtig, Alter. Ich hab grad was auf der Zunge gehabt. Grad Tomaten gegessen und jetzt nur die Reste irgendwie noch in den Zellen gehabt, ey. Tomaten sind geil, aber... Das macht's wieder ungeil. Ähm... Ja. Und dann dachte ich mir so, Bruder, das kannst du dir nicht dein Ernst sein. Und dafür hasse ich Dörfer. Jeder kennt jeden. Kann von Vorteil sein. Aber, Bruder, du wirst halt so hart gemessen. So, und seit dem Vorfall... Ey, ey, ohne Witz. Das Geile ist, ja, ich bin nicht negativ aufgefallen. So, ich hab einfach nur gesagt gehabt, ja, tut uns leid, so. Ja, es ist 22 Uhr. Ähm, könnten wir vielleicht den Ball haben? Dann gehen wir. So, ne. Während alle anderen waren am Schreien gewesen, so. Ja, was heißt Schreien, so, ne. Die waren halt schon aggressiver gewesen, so, ne. Wie gesagt, auch der Kollege, der zu Boden gedrückt. Ganz ehrlich, das ist eine Tat, muss nicht sein. Natürlich, ähm, müsste man dann dem Hausbesitzer, ja, der macht Haus Friedensbruch. Ja, gut, ich meine, das ist eine öffentliche... Es ist eine Stelle, die sehr gut einsehbar ist. Äh, andere Nachbarn haben das höchstwahrscheinlich auch wahrgenommen. Äh, wie gesagt, der Kollege wollte sich einfach nur den Ball holen. Der Ball war unter dem, äh, ähm, wie nennt man das, ähm... Der ist unter dem, äh, unter so einem Mobilfahrzeug, wo du auch wohnen kannst. Ich hab den Namen jetzt von vergessen, so, ne. Wo man, äh, sehr gut auch campen kann, so, ne. Auf so einem Campingplatz, so, ne. So ein Bulli, so ein Camping-Bulli, so, ne. Auch sehr, sehr schön. Wie gesagt, der hat ein Boot, der hat einen Camping-Bulli-Anhänger. Sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, gönn, gönn ich! Ohne Witz, gönn ich! Oh, und irgendjemand kugelt draußen, das ist Feuer. Riecht auf Feuer, ey, so geil, ey. Mann, gib mir doch wenigstens Bratwurstgeruch, ey. Beste Bratwurstgeruch oder überhaupt Grillgeruch, ey. Beste... Stadtfeuergeruch am Ende Nackgol. Ja, gut, ist kein Feueralarm, also kommt der Bratwurstgeruch auf jeden Fall nicht von unten. Ja, gut, das würde ich hören. Ey, Rauchmelder bei uns sind so hart, so scheißer laut. Ne, aber auf jeden Fall, wie gesagt, zurück zum Thema. Ich bin überhaupt nicht auffällig gewesen. Ich bin überhaupt nicht, äh... Ah, sorry. Äh, abwärtig gewesen. Im Gegenteil. So, natürlich waren die misstrauisch, so wäre ich auch. So, jetzt im Nachhinein, natürlich. Ähm... Ja, 22 Uhr, wie gesagt, die nehmen das ganz, ganz genau die Zeit. Ja, die beobachten auch alles so, ganz ehrlich, die waren auch von der Bushaltestelle da immer. Äh, wo ich auch sehr regelmäßig... Deswegen kennen die mich auch, die kennen deswegen auch meine Mutter. Und so weiter, weil die da einen sehen, weil die nichts Besseres in ihrem Leben zu tun haben, als aus dem Fenster zu gucken. Ich weiß nicht, warum, wieso man sowas macht. Ich persönlich hab da auch keinen Bock drauf. Mein Bruder interessiert mich nicht, wer da steht, am Ende Nackgol. Warum machst du das? Hast du wirklich nichts zu tun? Ey, Bruder, als Rentner habe ich Milliarden bessere Dinge zu tun, als aus dem Fenster zu gucken. Und zu notieren, ah, das ist der und der. Ich mein, nice to know. So, aber ganz gefühlt bin ich bei der Bushaltestelle schon seit... 20 Jahren? 22 Jahre? Also... Na, es riecht nach Grill. Ah, ja, 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 gut. Riecht nach Bratwurst. Nichts dagegen, nix Feuergeruch ist okay. Bratwurstgeruch. Ich nehm auch gerne Bratwurst. Auf jeden... Boah, auf jeden Fall beste. Beste. Boah, das... Oh, das riecht geil. Hätt ich voll Bock jetzt, ey. Aber ich hab keinen Grill und ich hab keinen Garten. Ich hab noch nicht meinen fucking Balkon. Ich hab zwei Fenster... Drei Fenster und das war's. Also ich kann natürlich aus dem Fenster rausgehen, aber da falle ich dann zwei Stockwerke runter. In den Tod. Na gut, vielleicht nicht so extrem, aber... Was brechen tue ich mir auf jeden Fall. Easy. So. Ähm... Ja, deswegen, wie gesagt, das fand ich einfach übel. So, und... Ich war eigentlich immer vernünftig. Ich wollte nie auffallen. Äh... So, aber... Ja, weil ich... Ich war natürlich Gespräch sofort, ey. Denkt mir auch so. Deswegen... Äh... Wohne ich schon... Äh... Wohne ich schon jetzt längere Zeit nicht mehr im... Äh... In dem Dorf, weil... Jeder kennt jeden. Boah, das ist so zum Kotzen, ey. Ich will niemanden kennen. Mich interessiert es auch nicht. So. Warum... Warum muss ich wissen, wer wo wohnt? Wer wie drauf ist? Wer... Wie gefährlich wer ist? Mich interessiert das nicht. Solange die mich nicht nerven, kann... Können auch neben mir Terroristen wohnen. Das juckt mich im Endeffekt nicht. So. Ist jetzt dramatisch dargestellt, aber... Es juckt mich nicht. Jeder hat das Recht, zu wohnen, wie und wo er will. So sehe ich das. So. Und solange er dann halt nicht... Seine Explosionen... In meiner Wohnung macht. Ist es mir erst mal... Egal. Natürlich, wenn ich mitbekomme, dass der Bomben baut, so. Äh... Ja. Oder mitbekomme, dass... Na, irgendwie... Was geplant ist, so. Ja. Gut. Äh... Da brauche ich nicht drüber reden, so. Dann, äh... Hat es mich schon zu interessieren. Aber ansonsten ist es mir egal. So. Mich interessiert es nicht. Wer da zu Besuch kommt, mich interessiert es nicht. Ja gut, sie dürfen jetzt nicht zu laut sein, so. Ganz ehrlich, wenn ich Frühstück habe und die blöken da die ganze Zeit rum, bis ich aufstehen muss, so. Dann bin ich auch nicht, äh... Bin ich auch nicht geil drauf. So, aber ich glaube... Ich meine, ganz ehrlich, wäre es da dann geil drauf, so, ne? Aber, ganz ehrlich, ich habe auch Nachbarn so... Ja, die sind da auch ein bisschen lauter und so. Ey, ist doch gar kein Thema. Ohne Witz. So, entweder ich kann schlafen oder ich kann nicht schlafen. So, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber ich komme nicht auf die Idee und renne runter und sage... Ey! Du musst leise sein, ich muss schlafen. Ich hatte zum Beispiel vor, äh, zwei Wochen... Komischeweise auch noch, äh... Ne, 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 ne. Ne, das war was anderes. Dann ging es mir wieder gut, genau. Äh, ich war zwei Tage... Zwei Tage krank gewesen. Wie gesagt, äh... Mit den Kopfschmerzen im Krankenhaus, etc., ne? Und, äh... Von Mittag auf Donnerstag... Äh, hatte ich dann Frühschicht. So, hab mich dann... Sehr, sehr spät ins Bett. Äh, weil ich halt... Ja, ich müde war. Und wollte unbedingt noch den Film zur Hände gucken. Und... Ja. Und, äh... So, ich habe dann Fenster aufgehabt, weil... Ja, war warm. So, äh, ne. Ich kann ganz gut, äh, schlafen, wenn es kühler wird. Nimmst du immer Sonne? Ja, und, ähm... Dann hat irgendjemand gehämmert. Auch lange gehämmert. So, nachts, 22 Uhr. Äh, da sind auch Leute hingegangen, haben gesagt, Jo, hör auf zu hämmern, etc. So, fünf Minuten später hat er einfach weitergemacht. Hab's dann leider nicht geschafft, innerhalb von fünf Minuten einzuschlafen. So, Ende vom Lied. Ich hab den natürlich aufs Übelste beleidigt. Natürlich so, dass er das nicht gehört hat. So, ich bin nicht rausgegangen, als ob ich da rausgehe, Bruder. Nein, warum? Nein, dann dachte ich mir so, Scheiße, hab ich Pech gehabt. So, was hab ich gemacht? Hab meine Pläsi 5 angemacht. Hab zwei Stunden bis zwei, äh, bis zwei hier gezockt. Äh... Ja. Hab dann gesagt, ja gut, ich bin jetzt ultra müde. Vielleicht schaffst du es irgendwie, noch zwei Stunden zu schlafen, bevor deine Schicht dann kommt. So, in dem Sinne hab ich dann zwei Stunden, hab ich dann drauf schlafen kann. War natürlich übelst tot gewesen. Und dann hab ich trotzdem meine Schicht noch durchgezogen. Ja. Geht. Ist halt nur nicht, äh, bester Zeitpunkt. Das war übrigens genau der Donnerstag, wo ich dann die Demo zu Final Fantasy Warriors gespielt habe. Ja. Zwei Stunden nur gepennt. Frühschicht durchgeballert. Und dann spiel ich, äh, dann spiel ich auch noch eine Dreiviertelstunde, obwohl ich kurz vorm Kollaps war, äh, spiel ich dann noch, äh, die Demo. Ja. Genau so hab ich das gemacht. Und care, all right, and opens long. 15. Ja, ich mein, ist halt so, ne? Aber war auch nicht schl- äh, war, war blöd so, aber ich konnte halt, äh, weiterkommen bei Tales of Arise. Wie gesagt, jetzt hab ich's seit Sonntag hab ich's durch. Ne, seit, ja, doch, seit Sonntagmorgen hab ich's durch. Schönes Spiel, spiel ich auf jeden Fall noch mal. Ich hab, äh, gibt's New Game Plus, das spiel ich jetzt, äh, hab ich schon angefangen. So, dann werd ich gucken, ob ich mir ne Platin hole. Vielleicht schaff ich's, wär cool. Das ist ein schönes Spiel, hat Spaß, macht Spaß so, ne? Also wirklich Spaß. So. Mh. Ja. So läuft's halt ab. So. Aber ne Großstadt ist halt besser für sowas, find ich. Da gibt's halt nicht dieses, der kennt jeden, äh, kennt den und den und den und du triffst den und den und den, sondern hier siehst du jeden Tag jemand anderen. Oder halt gefühl, selten mal diejenigen, die du kennst. Ne? Find ich hundertmal entspannter. Und niemand interessiert sich für mich. Find ich super. Ich hab meine Ruhe. Ja. Na, so se- so seh ich das. Aber, wie gesagt, ich hab auch, ich hab auch Freunde und Kollegen, die wollen gerne in ein Dorf. Why not? Ich meine, da wo ich im Dorf gewohnt habe. und wo auch meine Eltern noch wohnen. Ähm, ist auch schön. Ich meine, ey, hinterm Haus ist ein Feld. Das heißt, daher bin ich, äh, den Gülle-Geruch auch, äh, hab ich keine Probleme mit Gülle-Geruch, weil ich sehr viele Jahre dem ausgesetzt war. Ja. Und vielleicht ein Kilometer bin ich von einem sehr, sehr großen Wald entfernt. Sehr großen Wald. Oder auch einem Berg. Das heißt, da haben wir auch sehr, sehr, sehr Unwetter erlebt. Und weil wir auch gar keinen Fluss haben, brauchten wir auch gar keine Angst vor, äh, Überschwemmung haben. Ja. Deswegen, hier, wo ich wohne, hier ist sowas von ein Fluss. Was für ein Fluss auch noch, ey. Ein großer, ganz großer Fluss. Ja. Wenn der rüber geht, äh, bin ich sowas von am Arsch. Ja, gut, jetzt, ja, also ich bin sehr, sehr viele Kilometer von entfernt. Also, wenn der zu mir kommt, äh, boah, er hat aber genug anderes schon mitgenommen. So, da ist die Wahrscheinlichkeit dann auch eher gering. Kann passieren, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, Holland wird auch bei einem Anstieg von, von den Weltmeeren auch überschwemmt, so, ne, also, möglich ist es. Das Wasser kann sich auf jeden Fall das Land holen. zurückholen. So, wollen wir natürlich nicht hoffen. Ähm. Naja. Ja, wie gesagt, also, wie gesagt, äh, ist eine schöne ländliche Gegend. Ja, hat schon seinen Vorteil, so, aber ich bin halt komplett abgeschreckt von dem jeder kennt jeden. Weil ich halt einfach so hart, äh, so viele negative Momente damit hatte, äh, was einfach kacke ist. So, deswegen, äh, ist Dorf für mich gar nichts. So, ansonsten natürlich, äh, von, äh, na, von, von der Atmosphäre und so weiter ist schön, auf jeden Fall. Hast mehr Natur, als wenn du in der Großstadt wohnst mit der Industrie und so weiter. Wobei mich Industrie tatsächlich mehr anspricht. Ich mag es, bei Nacht durch Industriestädte zu fahren, ey, saugeil. Monowitz, macht mega Bock. Aber das mache ich Gott sei Dank bei der Arbeit genug. Das heißt, muss ich niemals selber mit einem Auto machen. Vorteil. So. Genau. Ja, so sieht's aus halt, Ich hab auch schon mal wieder ein paar, über ein paar Sachen gequasselt. Ist auch schön. so, wir sind mal besser als der Typ gewesen. Haben wir gut gefahren. Ah, Gesamtwertung ist ja trotzdem besser als wir. Ist ja logisch. So, dann machen wir jetzt noch die Special, die Special Streike. Und dann gucken wir mal, ob wir uns dann in, äh, Season 3 packt. wovon ich sehr stark ausgehen werde. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. So. Das ist wieder die Strecke, wo die Lichtscheine uns einfach gar nicht helfen. Schon wieder vergessen. Und meine Scheinwerfer einfach null zu gebrauchen sind. All right. And six left. Into four left. And three right over crest. Into turn three right over bridge just had. Thirty six crest. Into turn two right dot one hundred. Krass hab ich noch geschafft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Six left. And four left. Into six left. And lock two right. Into four right narrow to crest. Fifty. Du bist ein behinderter Bastard. Ohne Witz. Ey, fick dich einfach. Boah, ist das schlecht. Letzte Kur... Äh, letztes Ding. Und genau in der Lücke lande ich auch noch. Ah, fick dich doch, Alter. Sonst hätten wir den Typen gewonnen und wären sowieso erster geworden. Ah, du dreckiger Bastard. Ich meine, wir hätten trotzdem nicht gewonnen, aber... Ging ums Prinzip. Jetzt muss uns das Ding wenigstens mitnehmen. Naja, egal, wir sind zweiter geworden. Muss auch mit kleinen Dingen schon zufrieden sein. Auto verbessert! Zu neuer Fokus Level 4. Schön. Sparko Rallye Meisterschaft. Okay, Season 3. Spätanien, Spanien, Vienenland, Griechenland, Japan, Schweden. Wieder Japan und Schweden am Ende. Hm. Wie viele Meisterschaften fahren wir denn überhaupt? Oh, das. Oh, das. Ah, das. so ich guck gerade mal meine fresse ich will den scheiß nicht kaufen ich will doch nur wissen so 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Heiter Shot haben wir noch nicht. Und lange Spikes. Super Max haben wir noch nicht. Ja, also, wahrscheinlich müssten wir jetzt noch eine Saison spielen. Ja, Stoßdämpferleistung haben wir noch nicht. Ja, also, uns fehlen auf jeden Fall noch ein paar Dinge. So, aber, wie gesagt, das würde ich jetzt erstmal sagen, das war es erstmal von Cold War Rally. 0-3. Wenn ihr erinnert, wenn ihr natürlich wollt, dass ich mir die Dinge auch noch hole, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht werden wir das auch mal so spielen, ich glaube aber ja nicht, weil wir, wie gesagt, noch andere Spiele haben. So, ich meine, es hat mega Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, wir haben noch andere Spiele zu zocken, da werde ich jetzt die Zeit erstmal in neue Spiele wieder investieren. So, das war es jetzt von Cold War Rally. Ich hoffe, es hat euch heute Spaß gemacht. Auch meine kleinen Ausraster und so weiter und ein bisschen erzählen etc. Und dann würde ich sagen, Leute, das war es von mir. Haut rein und ciao.